War nicht auch in New Mombasa die Arche versteckt? Ähm, ich meine schon. Naja, Abspann läuft. Wir haben Halo ODST auch endlich durchgespielt. Ja. Da hätte ich ja nie mitgerichtet, dass das jetzt echt noch so schnell geht. Da könnte man ja glatt noch mit dem nächsten Projekt anfangen. Ja. Aber da du ja noch nicht alles recherchiert hast und wir ja jetzt sowieso noch kurz etwas aufnehmen wollen. Doch, doch. Recherchiert habe ich inzwischen alles. Und? Wird es schwer? Ähm, bei einigen Sachen habe ich schon erzählt. Wir sind ein, bei der schweigende Kartograf. Das würde sehr schwer, den wir einkriegen. Aber sonst nicht. Ach ja, der schweigende Kartograf. Das waren alles noch Levelnamen. Angriff auf den Kontrollraum. Mein Lieblingswerb damals. Und das ist immer noch. Angriff auf den Kontrollraum. Äh, Schneelevel. Genau. Oh ja. Vor allem, wie man da einfach das Level abkürzen konnte. Und das jetzt sogar nicht schief wird. Echt? Wie? Was denn? Ja. Du musst versuchen, da diesen Benji zu kriegen. Da kannst du das Level abkürzen, ja. Benji? Da ist ja, ähm, du gehst ja einmal so über so eine Steinbrücke. Ja. Kurz bevor du zum Kontrollraum kommst. Ja. Da kannst du abkürzen. Und wenn du den Benji kriegst, kannst du einfach dahin fliegen direkt. Und das ist jetzt ein Erfolg. Ach so. Ja, das hab ich früher auch mal gemacht. Ich hab auch früher, ich hab auch früher immer mir einen Spaß draus gemacht, die Wrath kaputt zu machen. Und dann mit, äh, einer Ghost da drüber zu fahren und dann so übelste Tricks da zu machen. Hm, aber der kommt noch. Sag immer noch, als Really damals machen und so. Oh, ja. Richtig. Oder, äh, die eine Stelle ist geil, wo man da, äh, mit der Unsichtbarkeit sich an den ganzen Eliten vorbeischleichen kann. Kann. Ich hab's damals nie gemacht. Ich hab's immer gemacht. Ich hab's immer mit nem Kumpel so gemacht. Der hat sich die Unsichtbarkeit geschnappt, ist vorgerannt, an den Eliten vorbei und ich wurde dann hinterhergeportet. Voll witzig. Ja, so rein theoretisch, mir ist das egal. Wir können das auch schon mit, äh, Dingens anfangen. Können wir machen. Fangen wir jetzt kurz auf den Easter Egg und dann... Ja, obwohl die Easter Egg, wie gesagt, äh, da kann man noch nachsuchen, das ist ja jetzt nicht sowas Tolles eigentlich, oder? Ja doch, also, ich weiß, wie du damals gelacht hast. Ja, stimmt eigentlich. Aber jetzt hab ich's ja schon verraten. Naja. Machen wir noch. Ja, genau. Da wir Spiel eh grad drin haben. Richtig. Äh, ja, ich lass's noch den Abspann durchlaufen und, äh, verabschiede mich mit diesem Projekt erstmal bei euch und, äh, ich hoffe, es ist jetzt mein Mixed Projekt. Das war Vayne Let's Play und Beo, wie immer, Halo 3 ODST ist durchgespielt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Lord Hood hat die Freigabe erteilt, aber es war meine Operation und es ist mein Verhör. Wir haben nur einen. Das wird schwierig. Keine Sorge. Ich weiß, was die Aliens mögen. Hat er Zugriff auf das Allianznetz? Ja, aber nur eingeschränkt. Wir wissen nicht genau, wie er die Verbindung hält. Hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Sergeant Major, bitte. Es ist leicht entzündlich. Die Brutes. Die Schweine, die deine Kumpel bombardiert und Millionen meiner Leute getötet haben. Die graben ein Riesenloch. Du wirst mir jetzt genau sagen, was sie suchen. Und du wirst mir helfen, sie aufzuhalten. Dann, oder? Du wirst wir energie. Gardier. Du wirst mir hide und wie 10%��raten. Du wirst mir helfen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018